Jo hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder mit einer Kombo. Einer meiner Lieblings-Kombos. Ich mache sie vor. Das geht auch mit links. Einfaches Ding. Das Teil besteht aus drei Teilen. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Wenn man die drei perfekt kann, kann man eigentlich auch die Kombo. Ist halt eine Übungssache. Mit Kombos rumspielen und experimentieren ist sowieso eine super Übungssache, um das Ballhandling zu verbessern. Mache ich immer Spielerei und so. Nachmachen, selber machen, Spaß haben. So ist es. Also vielen Dank fürs Zugucken. Abo bitte noch dalassen. Vielen Dank. Euer Mr. Mike. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020